79, das ist das Problem. Ich denke, keiner von uns wagt, dass das hier Kerne 3 Meter sind. Ich merke, dass mir schon ein Atschelhaberien fehlt. Ich bin ein Atschelhaber, ich bin ein Atschelhaber, ich bin ein Atschelhaber. 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 Ich bin ein Atschelhaber. Das ist jetzt ganz klar, Frau Klein. Hier rum. Keiner mehr. Ich bin ein Atschelhaber. Ich bin ein Atschelhaber. Ich bin ein Atschelhaber. Ich bin ein Atschelhaber, ich bin ein Atschelhaber. Bataillon, nach vorne. Das ist eine Atschelhaber, die Seite unterwegs. Ich bin ein Atschelhaber und das ist ein Atschelhaber. Ich bin ein Atschelhaber und das ist ein Atschelhaber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir reagieren überhaupt nicht. Also werden wir verfolgen. Ja. Kriegsgefangen überhaupt werden. Wir haben eine Nacht sich mal Verlust gemacht. Es ist nichts passiert. Wir waren wozu langsam. Das ist ein bisschen verfolgen. Ja. Mento bietet uns 48. Ok. Dann brauchen wir noch. Okay. Dann brauchen wir noch Karten. Dann können wir uns selbst versorgen. Das ist doch die Farbe wieder einmal. Ja, Patrioten, ja. Ihr seht, nur Milizen. Wir sollen sauf halten. Ich hoffe, ich schaffe es. Unter anderem die besseren Truppen sind hier auf Zahn. Das ist ja ziemlich mitgelegen. Ich hoffe, ich schaffe es. Ich hoffe, ich schaffe es. Ich bin hier zum Beispiel. Ich bin hier zum Beispiel. Ich bin hier zum Beispiel. Kriegsziel erreicht. Ich bin hier zum Beispiel. 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 24 Der Feind hat eine Schlüsselposition eingenommen. Eure Männer werden die Schlacht gewinnen. Eure Männer werden die Schlacht gewinnen. Eure Männer werden die Schlacht gewinnen. Eure Armee wird siegen. Eure Armee wird siegen. Eure Männer werden die Schlacht gewinnen.